Einen schönen guten Morgen, mein Name ist Christian Zoller, ich bin Analyst bei Börsedaily.de und ich präsentiere Ihnen den ING Markets Morning Call für Freitag, den 27. August. Gut, wir beginnen wieder mit den Markierungslinien vom Vortag mit den Long- und Short-Bereichen. Der Short-Bereich lag bei 15.850 bis 15.900 Punkte, wurde diesmal wieder knapp verfehlt. Mit dem Tageshoch bei 15.834 Punkten lagen wir knapp unter der roten Markierungslinie. Wir konnten nicht über den 10er EMA ansteigen. Normalerweise ist das in einer Aufwärtskorrektur dann üblich, dass der 10er EMA leicht nach oben überschritten wird. Wir wurden aber hier nach der Aufwärtsbewegung Intraday am 10er EMA direkt gestoppt und sind dann wieder etwas nach unten abgeprallt und letztendlich dann bei 15.793 Punkten. Immerhin noch mit einer bullischen Tageskerze, mit einem weißen Kerzenkörper und einem langen unteren Schatten aus dem Handel gegangen. Vorbürstlich notieren wir am frühen Freitagmorgen im Bereich von 15.780 Punkten etwas tiefer und bewegen uns damit höchstwahrscheinlich auch am heutigen Freitag dann weiterhin seitwärts. Für den heutigen Freitag bleibt der Short-Bereich aufgrund der bullischen Tageskerze vom Vortag zunächst unverändert, etwas über dem 10er EMA, also dann zwischen 15.850 und 15.900 Punkten und der Long-Bereich etwas angehoben im Bereich des 50er EMAs zwischen 15.650 und 15.700 Punkten. Wir machen dann weiter mit dem normalen Tagesschart im DAX, wo man erkennen kann, dass der DAX immer wieder hier an der 50er EMA-Linie, der dunkelblauen Linie, nach oben abgeprallt ist bei Korrekturen. Eine Ausnahme hat es hier im Juli gegeben, wo wir nach unten durchgebrochen sind, einen Verlaufstief bei 15.048 Punkten erreicht haben und dann aber wieder relativ schnell angestiegen sind und den 10er und 50er EMA hier nach oben durchbrechen konnten und dann auch weiter ansteigen konnten und das Verlaufs- und Allzeithoch bei 16.030 Punkten dann markieren konnten. In der folgenden Abwärtskorrektur liefen wir erneut den 50er EMA an, markierten dann ein Verlaufstief bei 15.621 Punkten, prallten hier aber dann wieder am 50er EMA nach oben ab, konnten allerdings nur etwas über den 10er EMA ansteigen, bildeten hier drei schwarze Tageskerzen und rutschten dann erneut unter den 10er EMA ab und bildeten dann am Vortag eine bullische Tageskerze, wie gesagt. Und nun kommt es darauf an, ob wir dann hier diesen 50er EMA dauerhaft verteidigen können oder ob sich hier bereits Abwärtsdynamik breit macht und wir dann hier diese Kette von tieferen Verlaufshochs weiter fortsetzen können, also dann im weiteren Verlauf erneut nur ein Verlaufshoch bilden, leicht über dem 10er EMA und dann erneut wieder nach unten abdrehen und dann wieder den 50er EMA angreifen und möglicherweise dann nach unten unterschreiten. Sollte es zu einem Durchbruch kommen unter den 50er EMA, wäre das natürlich ein sehr bärisches Signal und es wäre dann in der Folge zunächst mit einem Rücklauf zu rechnen zur Unterstützung hier bei 15.300 Punkten und danach würde dann ein weiterer Rücklauf erfolgen zum Verlaufstief bei 15.048 Punkten und zur runden Marke von 15.000 Punkten. Gut und dann werfen wir noch einen Blick auf die heutigen Konjunkturdaten auf der Seite von gotmundtrader.de und da steht vor allem das Symposium in Jackson Hole im Fokus um 16 Uhr, dort spricht FED-Chef Jerome Powell und gibt möglicherweise einen weiteren Ausblick für den geldpolitischen Kurs der US-Notenbank FED, also nach 16 Uhr könnte es dann möglicherweise zu einer erhöhten Volatilität kommen im Handel und vorher könnte sich der DAX im weiteren ruhigen Handel bewegen, so wie in den Vortagen und die Seitwärtsverwägung weiter fortsetzen. Gut und damit wären wir dann wieder durch mit dem ING Markets Morning Call für den heutigen Freitag. Am heutigen Freitagabend werden dann noch die jüngsten COT-Daten veröffentlicht. Daraus geht dann hervor, wie sich dann die Profis und die Kleinanleger im S&P 500 unter anderem positionieren. Das wäre dann interessant für die weitere Prognose für den S&P 500. Ich melde mich dann wieder am Montag mit dem ING Markets Morning Call und dem ING Markets Chart Flash, wo ich dann auch die COT-Daten dann noch besprechen werde. Und ich wünsche Ihnen für heute viel Erfolg im Handel und dann ein erholsames Wochenende. Und ich wünsche Ihnen für heute viel Erfolg im Handel.